und damit allerdings kannst du ja eigentlich dann auswählen unter herstellung den schmiede blau ok ja an der stelle will sage ich auch willkommen zu unseren youtube zuschauen und sich holz damit er das sich verpasst ich bin gerade quasi unsere werkbank an erweitern sein dass ich da oben noch ein bisschen ausbauen müssen weil wir eventuell nicht alle bauteile dahin bringt zum erweitern ich habe es draußen den stein die stücker rechts dann ist er zentral oben ja gut der bauradius geht bis hier hinten hin also wir könnten wir können natürlich den boden hier umbauen gibt es doch aus überlegt obwohl ja doch das müsste gehen das ist das auch schon mal zu finden für den blasebacher stellt sich jetzt schwierig raus ja deswegen sage ich wahrscheinlich müssen wir so ein bisschen erweitern weil der braucht platz naja das tut es so nicht ich weiß nicht ob ich die werkbank wenn ich die in die ecke verstellt ob es dann geht was wir machen können ist dass ich kann sie nur direkt davor stellen das ist natürlich nicht weil dann kommst ja nicht mehr dran nein wir können die wand hier wegnehmen und um einen nach hinten verschieben ja dann hast du ein bisschen mehr raum hier drin das wäre eine möglichkeit ja dann werden wir das was tun müssen die wand einmal wegnehmen und um ein feld nach hinten vergrößern den raum oder müssen den dach und dahin eisen eisen ich hab dir das eisen hingelegt weil ich überladen bin dann gehe ich runter und bau an dem gebäude ja ich packe das eis erst meine kiste ja halt da brauchen wir ja holz ich hab 50 holz hier ja ich weiß ich weiß eigentlich müsste ich meinen spielstand im game um mir den buff von dem anderen boss zu geben das ist für das schiff ganz gut ich habe gar nichts druckt und dann tut er schon auf das ist glaube ich zu hoch die platten netigen wir müssen wir brauchen auf jeden fall einen anderen müllplatz das wird gerade immer schwieriger hier so wie sieht es denn aus müllig möglich aber was ist wenn wir draußen alle hochkommen ich weiß nicht was passiert wenn man es ins feuer schmeißt eigentlich holz ja was auch nachher mache ich da ein paar grau was was ich mache da ein loch rein ich eine türe und dahinten machen wir ein loch und da schmeißen wir dann den müll rein oder um zwei erweitern ich denke wir machen direkt um zwei aber irgendjemand muss den müllplatz hier dann mal besorgt beseitigen also ist passiert gelinde gesagt nicht wenn man es ins feuer wirft ok so probiert ok äh wir sind jetzt mit dem dresen da wir sind jetzt mit dem dresen da sollen wir das tiefer machen was sagst du hm sollen wir jetzt diese steinbäcke tiefer setzen da müssen wir hier draußen alles wieder abreißen gell ja gut wir verlieren ja eigentlich nichts dadurch aber ich finde das halt ein bisschen zu hoch ne das sollte unserem haus schon angepassten sein dann die höhe also das kommt ja schlecht raus ich hatte vorhin eine stelle wo der stein eigentlich im boden lag da na warte da war er gerade ach scheiße gib mir mal eben sechs steine sechs steine bitteschön was willst sechs steine jetzt hast du zwölf na ja ein bisschen mehr guck mal da hey das geht gut der ist gut und so müssen die anderen jetzt auch alle kommen ja die vorgekommen sollen wir den da dazusitzen haben ja die kannst du hier nehmen kannst du einen hin guck dann ist er vorbei ja da müssen wir jetzt gucken dass wir Serah hier so ein bisschen angleichen dann werden wir nur ein bisschen groben müssen naja gut ok boah das ist so die perfekte laufhöhe dann weißt du das ist die perfekte laufhöhe ja warte 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 noch nicht so machen erst die zwischenwand über uns noch raus ich werde so von drin machen also hier geht das nicht irgendwie naja wenn du zwei hinten bist dann musst du dann schnell perfekt danke setzen weil der ist weiter voll gesetzt irgendwas passt hier nicht ja ich glaube ich habe die wand zu weit außen gesetzt ja das geht doch nicht das geht doch nicht ob du jetzt passend kriegst da hast du dir einen ja da muss die sein genau boah hier passt auch was nicht ja das brauchst du mit der Hacke weg tun ja hab ich mir grad auch überlegt mach das so das sieht doch schon besser aus schön schön dann mach ich den Zaun neu ok warum snappt das jetzt nicht ah ja toi keine Steine leer also irgendwo ist hier ein Konstruktionsfehler drin wieso meinst du wirklich na weil die Winde nicht so schnell wie ich das gerne hätte jetzt stehen die hier wieder raus hm oh ich brauch kein Holz äh ne das wollte ich nicht äh was wars kernholz oh oh jede Menge Holz im verbauen sehr schön du kannst alles haben hüdenholz kernholz so sieht das schon besser aus aber da oben irgendwie passt da oben noch nicht hm und da oben geht es auch kurz hin die wand ist richtig die ist falsch auch wenn es hier doch gut los Das war aber ich, oder? Ja, das war ich. Ok, ja, meine dauert noch. Aber, das geht mir auch los. Nein, da bin ich gerade wirklich drauf gekommen. Ich habe mich verkleckt. Ok. Nein, du sollst nicht ins Boden da vorne. Wie ist er? Haben wir eigentlich wieder Wildschweine? Nein, wollte ich jetzt suchen hier. Aber es schalte sich ja jetzt aus, Steine zu sammeln dann. So, guck, hier haben wir auch noch einen Fehler in der Wand. Ah, so sieht doch schon viel besser aus. Jetzt wird ein Schub. Ja. So, mit der Decke stimmt auch noch irgendwas nicht. Soll ich noch irgendwas sammeln? Nö. Gerade nicht. Zu der Beine. Zu der Beine. Nur, da kommt nicht. Dann suche ich einfach Wildschweine. Hu, guck, guck. Dann ist es. Oh, das ist das. Ah. Uff. Oh. Ah. Ah. Wir hätten aber ein Ding machen können. Ein Ding? Ein Ding? Ein Riesending. Ja gut, dafür muss aber die Werkbank halt die ganze Zeit mitschleuren, ne? Kannst du das nur machen, wenn du die Werkbank dabei hast. Muss das auch. Also da kannst du auch schon diese Steine nicht sitzen, da draußen beim Lagerfeuer. Weil die Werkbank eben zwar weg ist. Ja, kannst du die Werkbank hier umsetzen. Was ist der Leid? Nein. Oh, ich brauche Holz. Ich habe damit gerechnet. Oh. Ah. Das wird mit Kernholz, haben wir noch Kernholz? Ja, ich glaube da liegt noch ein Stapel. Ich bin nicht. Ich bin nicht. Das war's. Das ist auch nicht schlecht. Ein Baum gefällt und drei neue angesäht. Es ist Nacht, vielleicht sollten wir schlafen. Oh, dann komm ich zurück. Ist nur Vorschlag. Können wir machen. Ich glaube, jetzt hast du das Holz aufgesammelt. Hat einer von euch noch Kernholz? Ja, dann kannst du das wieder haben. Nee, dann hoff ich nicht. Liegt doch wieder da unten. Wo denn? Ah, da! Was bist du denn? Ach, du bist da oben. Ich denke, Frucken ist auf einmal nachgehoben. Oh, nein. Oh, nein. Hm? Ich bin da. Okay, das heißt wir gehen schlafen? Hm. Hier liegt schon. Ich komm grad rein. Komm schlafen jetzt. Komm heier machen. Je nachtsOny Boy. Je nach Elisabeth. Ha 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 Ha… Geiler Willi. Naterwilli.. Wie ein Niedermann nicht kennt. Der rate optisch weiterbeugt. weiß nicht aber ruhig weiter habe ich schon so großes in wien und haben die ex an diese gewichtserweiterung trotzdem will ich überladen naja wenn man es hat benutzt wasser ausgang ja sind noch steine arbeit für ein sauberter schon wieder hier ja ich habe nicht so genau hingesehen ich habe einfach nur ja das problem damit was ist irgendwie alles wieder sollte alles schnell gehen hier passt alles nicht selbst der boden ist irgendwie so ein verschoben die hier auch ein bisschen Okay. Soweit, so gut. Verteidigung steht wieder. Gesundheit. Na, hier ist der Fehler drin. Steinmüllstisch. Ich bin wieder zu Hause, Frau. Hä? Warum haben wir denn hier keine erforderliche Handwerksstation? Ich frage, was du jetzt meinst. Äh, ich habe jetzt in die Kiste, wo der Max hat Essen reingetan, hat Sachen reingelegt, die ich nachher alle brauche, um die Schmiede da wieder aufzubauen. Aber ich muss das hier oben erstmal einmal korrigieren. Ist ja kacke. Und ich nicht. So. Und wie kann ich das jetzt mitnehmen? Und du? Und du? ist da dran oder ist da dran das ist ja jetzt passt jetzt müssen wir das ist gefixt kannst du da jetzt weg den du stehst mit dem weg so ein wildschwein haben wir jetzt schon mal zwei jahre das eine muss sich ja wieder aufbringen nein das hat sich ja selbst gebraucht wieder mal du bist ein schwein ihr müsstet jetzt halt nur mal ein bisschen gucken wegen wegen dem wegen den zäunen das kaputt macht naja jetzt was aber ich fand die feste mal sehen dass das wieder zusammenpasst ja die wand die du gerade gesetzt hat die sitzt auch falsch du siehst doch das grüne wenn du da rein hält dass die mauer um einen block weiter über der platte ist als sie sein sollte die ist genau gleich auf mit der anderen nein ich sie nicht das ist da der fehler der die ganze zeit hier drin hängen so ist sie genau auf der platte hier ist auch ein fehler drin in dem gebäude welheim nicht mehr weil heim sondern ab jetzt ist ein gegen den mist wetter was man hier ständig hat was denke ich selber kommandos verwenden was für kommandos selber kommandos keine ahnung habe ich mich nicht mit beschäftigt ich habe ein zweites wildschwein kannst du mal gucken dass du das irgendwie so baust dass das erst nicht rausläuft sobald ich die türe aufmach ja was du bist hier ok das passt es aber da nicht zusammen komm ich fliege ich eile was passt nicht ja wie gesagt da ist die wand falsch gesetzt worden da habe ich gar kein holz ja holz habe ich ja da passt es ja was ist hier auch komplett am überlappen komisch wie wir jetzt eben einmal das dach zu haben hier so ihr habt es eingesperrt gell ok jetzt kann ich schon mit dem zweiten dann kommen außer außer es kann da außen naja das kommt da nicht mehr raus schreift zu den zahlen aber ist wurscht gehts da ist das ich mach lieber nen bogen um die scheiß stachel bitteschön halbzeit bitteschön halbzeit bitteschön halbzeit mach mal die tür auf ja lauf durch mach's zu nein du scheiß schweiß du läufst nicht da kommst du hier rein lauf durch ich mach's zu passt so jetzt sind wir sind sie mit jedem separiert und jetzt werden wir so alle zusammen wie machen die da äh heilen die sich eigentlich selbst mit der zeit ja ist sie kaputt gar nicht ja der ist einmal gegen die scheiß weichs gelaufen ja du bist zu leise der ist einmal gegen die scheiß gelaufen ja ja keine ahnung das macht aber nichts die wäre nett das sind weniger so ich werde das auch machen müssen aber du bist zu leise ja wo 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 nicht mehr Oh, ich hab dich nicht verliebt. Ich bin schon mit dem Lungen. Ich bin schon mit dem Lungen. Ja, ich bin schon mit dem Lungen. Ich bin schon mit dem Lungen. Und das ist doch mal alles. Ich bin schon mit dem Lungen. das ist schon mal wieder haut drin so jetzt müssen wir hier das ding fixen jetzt passt das dach auch nicht richtig zusammen von außen so da passt hallo ist noch mal was essen sehe ich gerade verlauter bauen vergesse essen das liegt ja auch nur jede menge holz auf dem dach sooo die seite ist gefixt jetzt muss das dach dazu gefixt werden sooo 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 das ist ein bisschen komisch da passt es da passt es nicht ich verstehe auch nicht warum das statisch nicht gleichmäßig tragend ist das dach ist auf jeden fall zu so ich glaube jetzt passt das wieder das dach ist auf jeden fall zu so jetzt muss ich hier noch fixen mal wer wandert denn hier mal durchs vorkan so so das darf man eben auch korrigieren ja 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 ich glaube ich habe das jetzt alles soweit wieder alles ja es passt merke die geräusche die da deine gäste machen max es ist ebenso ja manchmal ist das ebenso so kriege ich jetzt da oben alles wieder aufgebaut wenn du eigentlich nicht mehr hübschen kannst mit dem nächsten vorgabe gewünscht also bei einer 30er 50er oder bei einer 50er 80er die waren nicht in der toleranz die waren nicht so der autobahn ab 160 ist ja frei weil er nicht gehexen hat 106 was war das die kraft so also jetzt kannst du noch mal gucken dass du den blasebalken hinstellst na sekunde ich bin grad nebenan das haus an korrigieren eisen auch wieder ist so komische ausrüstung bei mir ich bin jetzt noch zum dinken man das ist super auch ich bin ich bin auch ich bin Es ist aber sehr uneben hier. Der Stein? Nein, der Stein. Der ist da echt. Der will nicht. Das ist da echt. Das hat sie gesagt, dass die Erde nicht mehr rauskommt. Das ist ein bisschen gut. Hm, das stimmt. Ja, ich kann nichts mehr dran verändern, weil ich da nicht dran komme. Ja, wir kommen zu dir. Ich muss dann mal probieren, ob du mir das stimmt. Und dann ist das einfach so, wenn du da nicht mehr rauskommst. Es ist nicht mehr rauskommst, die es nicht mehr rauskommt. Ich habe keine Angst in der Kanzlerin. Es ist vorhergehend. Es ist vorhergegangen. Ich bin hier. Ich bin hier. Was ist das? Er ist tot. Soll es doch. Komm. Das hat eine Schweinschöne hat sich umgebracht. Bist du selber? Ja, ich weiß nicht wie. Ah, nee. Ah, hier liegt kein Essen drin. Nein, ich habe nicht genutzt. Nein, genau. Ja, bei dem einen das andere, aber nicht das zweite. Achja, muss ich den Ruhmertod sterben. Tauke Sau. Tauke Sau. Ich finde damit ist alles gesagt, da müssen wir Hexe zufügen. Und mit diesen heiligen Worten enden wir jetzt auch mal die überlange Folge. Bis dann. Tschüss. Haben wir jetzt noch Roh-Eisen da zu schmolzen oder ist das alles nicht? Das Eis ist alles geschmolzen. Auch wenn wir mit dem Ruhmertodest werden. Görüş, es ist alles. Werken Ai-Media. Das ist wirklich eine Ahnung. Wirkliche. 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 Daher des.